Das Taurus T99 Black Edition mit Entertainment-Konsole bringt Ihr Lauftraining auf ein neues Level. Das Premium-Laufband im mattschwarzen Design vereint höchste Trainingsqualität mit zahlreichen Entertainment-Funktionen. Stabile Verarbeitung, riesige Lauffläche und 190 kg Benutzergewicht. Bei Ausstattung und Technik punktet das Laufband mit Eigenschaften, wie man sie von Studiolaufbändern kennt. Hochwertige Dämpfelemente und eine dicke Laufmatte bieten Ihnen optimale Voraussetzungen für ein gelenkschonendes Lauftraining. Das T99 ist für jedes Trainingsziel und jeden Läufer gemacht. Sie möchten sich beim Laufen richtig auspowern? Kein Problem. Mit dem 3,5 PS starken Motor mit einer Höchstgeschwindigkeit von 22 kmh können Sie auf dem stabilen Laufband alles geben. Aber auch für den Physio- und Reha-Bereich ist das T99 eine besondere Empfehlung. Die niedrige Einstiegsgeschwindigkeit von 0,5 kmh und die Möglichkeit, verlängerte Handläufe als zusätzliche Halteoptionen anzubringen, eignen sich optimal für ein schonendes Bewegungstraining. Die große Entertainment-Konsole hält gleich mehrere Highlights für Sie bereit. Mit 44 Programmen und einer Steigungsfunktion bietet Ihnen das T99 Black Edition eine enorme Trainingsvielfalt. Dank Touchscreen können Sie Ihr Training direkt auf der übersichtlichen Oberfläche steuern. Für Unterhaltung sorgen die acht vorinstallierten Streaming- und Social-Media-Apps. Schauen Sie beim Laufen Ihre Lieblingsserie, spielen Sie über Spotify eine motivierende Playlist ab oder surfen Sie nebenbei im Internet. Das Laufband ist außerdem mit den beliebten Trainings-Apps Kinomap und iConsole Plus kompatibel. Darauf verbinden Sie die Konsole über Bluetooth einfach mit Ihrem Tablet oder Smartphone. Auf der Mittelkonsole und an den Handläufen sind Schnellwalttesten für Tempo und Geschwindigkeit platziert, mit denen Sie ein Hintervalltraining frei gestalten können. Erleben Sie eine Laufqualität auf Studioniveau. Auf der T99 Entertainment-Konsole sind Sie beim Laufen bestens unterhalten.